Mein Name ist dein Ayo, was gelobt von der Alcum, ich schlafe euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Double Me Cry 4, das letzte Mal so stehen geblieben, weiter geht's Mission 18, wir gehen hinein, meine Freunde, mal gucken, wie weit die Leute kommen, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt wie ein Knäckebrot, und der erste Mal gibt's eine Katzein. Du hast die Hellgate zerstört. Ja, es hat die Sicht ein bisschen verholt. Also, sind Sie bereit für eine Kampf jetzt oder was? Was? Du hast so weit zu kämpfen, um mich zu kämpfen? Du kannst niemals auf den Kraft des Saviour. Sollte, wie du übercompensernest. Außerdem, ich wollte nicht, dass du einen Kreik in deinem Nacken schaust, mich zu schauzen. Silence! Was würde es für dich verholt, um deine Position zu ändern? Wie soll es dir? So, you ready to eat your words? Do as you wish, your attempts are futile. Hmm, the true form must be inside. Looks like it's up to me to take care of ugly hair. Okay. What's going on now? Aha. Aha. Ja, warte. Verdammtes Bruder verwildetes Ketana. Oh. 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 Okay, ich kann aber jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich tu jetzt, ah shit der, ja. Was ist das? Hä? Aha, geil. Alter Schwede. Alter Schwede. Geil. So, dann haben wir den ersten erwischt. Alter Finne. Alter Finne. Alter Finne. Alter Finne. Alter Finne. und 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 Was ist denn? Nein, 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 nein! Was ist das denn? Ja, 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 ja. Ach, du Scheiße. Ja, 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 ja. Oh shit Okay Alter Ich fick dich doch ja wenig Das ist ein rechter Arm, ich will aber Schon den linken Arm haben Wenn ich ehrlich bin Was ist das denn hier, Junge? Ach du Scheiße Boah, fick deine Mutter Ah, perfekt Hier die gleiche Kacke Ah, fuck Alter Schwede Wann willst du mich verarschen, Alter? Ach immer schlägt irgendwas weg, der Hundesund, ja Jetzt will ich mich wieder anfangen, oder was? Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, okay Das unten benetzt ist jetzt auch kaputt Let's go, das ist auch kaputt Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Beléd wäre das Wink Barnes Betracht Wow dass du mir Is das dennろう Loist Bis gleich Und habe Donna Mom so ich weiß nicht mach ich dabei irgendwas schaden ich hab ich glaube nicht es ist ein bisschen wenn man es nicht kennt ist es komisch let's go das auf dem rück ist auch ein marsch jetzt fehlt eigentlich nur noch das auf der brust was ist das denn jetzt bin ich glaube ich am richtigen ordner meine ich habe schon alles richtig gemacht das letzte ist das auf der brust bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal Du dummer Noten-Sondiger. Ach du Scheiße. Nimm deinen Fuß auf Seite. Ja, Team. Ach du Scheiße. Ich sollte mir lieber Objekte mal so zwei Dinge rein sneaken, bevor ich hier noch draufgehe. Das wäre nämlich nicht so cool. Oh, du dummer Hurensohn, Alter. Mann, fick dich doch, Digga. Ach du Scheiße. Komm. Wasp, du musst. Damage? Ich glaub nicht Oh mein Gott Ich glaub ich mach nicht mehr Damage Was ist wenn ich jetzt hier Runterspringen oder keine Ahnung irgendwas machen Fick dich doch, Digga Nein Ach leck mich Komm hoch, komm hoch, komm hoch Komm her Ist fast dumm Man, immer diese zwei Millimeter die fehlen Ach du dummer Juan Son, älter Das ist fast dumm Er ist fast doldegang. Let's go! Then you gotta take it out from the inside. Time to wake up, kid! You're missing out on all the fun! No! It's up to you who we're here, kid! An opportunity to save the world doesn't happen every day, you know. Savor it. Let's clean up this mess! Let's go! Do what you gotta do, kid! Cause I'm about to send this guy on a one-way trip to hell! Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. I'm gonna get this done. Good luck, kid! I'm gonna get this. I'm gonna get this kid. Kapitel 19 der Nachfolger. Überwinden Sie die Treppen der Leiden. Oh my God. Was ist das denn, Alter? Das ist egal. Devil Bringer. Hammer. Yamato. Okay. Warte. Was war das? Fähigkeitenliste. Nein, nein, nein. Maximum. Warte. Nee, nee. Wo war das? Tablehopper. Speed. Max. Act. Drücken Sie. Ja, ja. Das haben wir. Das haben wir. Entschuldigung. Beidee. Nichts. Beidee. Also, wie also? Als ob ich das nicht machen kann, dass das länger hält. Oder was? Ich kann mich verarschen. Ja, das ist ja klar. Aber was? What? Ok, ne, 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 das ist schon Dings, äh, wenn, drücken sie am Boden, boah, das hört sich geil an, ok, wie sie sagen, ab geht ihr, ne, rein in die Olga, die Treppe der Schmerzen, So, zurück mit Nero, was richtig geil ist, ok, jetzt muss ich mich wieder auf Nero umgewöhnen, oh mein Gott, aber gut, ich hab mit Nero eher lieber gespielt, muss ich ehrlich sagen, So, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Darf ich mal in einem Testvideo gehört? Aha, stirb. Eins, nein, 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 aber warum so scheiße? Oh Gott, jetzt ist es wieder auf Nero umgewöhnen, alter. Nee, da ist es wieder auf Nero. Gott ist es wieder auf Nero. Ja, ich bin zu spüren. Na toll. Fünf. Okay, nice. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Korrekt. Oh, korrekt, 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 korrekt. Korrekt, korrekt, korrekt. Sehr geil. Nochmal fünf. Sehr geil. Ah, ich muss... Ich verstehe, Digga. Oh Gott, das ist ja asy. Oh mein Gott, ist das asozial. Oh Gott, ich verstehe. Ich verstehe schon. Ich muss unbedingt eine 1 würfeln, nochmal eine 5, 1, 2, 3, 4, 5 Okay Eine 2 Ja, Digga, wie viel denn noch, Mann? Was ist das denn? Ach, Digga, ich muss jetzt echt ne Oh, das ist ja maximal random, Digga Okay, gut, okay, also wenn ich das Oh, mein Gott Oh Gott, oh Gott Oh Gott Oh, ich hab auch das von Dante drin jetzt gerade Das ist gar ein bisschen gestörend Scheiße Nein, ist okay Also sozusagen eine Etage höher, ne? Ja, genau Warte mal Nehmen wir uns hier ne Bohne mit Was ist das hier? Hier, guck mal, ein weißer Stein 1, 2, 3, 4, 5 Hierzu 6 perfekt würfen würde, ne? Eine 3 Ja, es ist, es ist so klar Scheiße Mann, fuck your mother So Junge, hast du Scheiße Ist kein Lange drum 2 Oh, korrekt Mann, du dummer Hymus Mann, du dummer Hymus Und so Mann, du dummer Hymus Und so Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Doch, das ist sehr gut. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Komm her. Komm her, ich werd dich füsten, Schwanz. Ja, du Mini-Filter. Nein. Darf mich zu fressen, du Hundesohn. Ach, Digga, f*** doch deine Mutter. Komm. Perfekt, Junge. Geil. Geschlachtet. So schön, das ist nochmal ein Portal. Geschlachtet wie ein Rindvieh. Wir sind gleich sogar am Ende, wie es mir scheint. Gut, relativ nah. Eine wundervolle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geil. Sehr geil. Jetzt kommt die Hülle nochmal. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, scheiße. Ein paar Gegners. Uhum. Uhum. Unruh. Unruh. so so perfekt war nicht viel aufgeschlachtet okay dann müssen wir mal würfeln 12 Ja, ich weiß nicht, so eine 3 oder 4 wäre perfekt. Ich glaube, so eine 3 wäre perfekt. Scheiße. Ah, lutschen, Digga. Ja, 3 oder 5 wäre perfekt gewesen, Digga. Was kommt? Die Kacke, Junge. Scheiß 4. Ach, Digga. Was wollt ihr denn, ihr kleinen Bastard? Mann, Fick dich. Ach, Digga. Okay, nochmal. Der Hase. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Wieder hier ein bisschen... Ein paar hier Köpfe. Das ist ja alles herz aller liebsten, aber ich schwöre gerne. 2. Ey, das gibt's doch nicht, meine Güte. Das ist doch hier auch nicht mehr feierlich, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Ich bin doch einfach diese Kacke, Junge. Was ist denn das für eine Wichse, Mann? Was ist denn das für eine Wichse, Mann? Das war die Kacke, Junge. Das war die Kacke, Junge. Das war die Kacke, Junge. Das war die Kacke. Das war die Kacke. Das war die Kacke. Ey, Bruder, ich kotze ins Essen. Was ist das, Junge, Alter? Seid ihr irgendwie geistes Schwule oder so? Oh, Junge, seid ihr hässlich, wirklich. Mann, ich verpiss dich, du Hunkensohn. Eins, Alter. Ey, es ist wirklich ohne Witz, Digga. Das Game will mich doch trollen, Alter. Ey, was ist denn das für eine schwule Scheiße, Mann? Wirklich, das Game will mich doch trollen, Digga. Ne, eins, Junge, Alter. Junge, bist du behindert, ey. Junge, Junge, Junge. Was ist denn Scheiße, Alter? Das kannst du doch keinem erzählen, ja. Ne, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, gib mir doch ne, sechs wenigstens. Ey, Digga, was ist das denn? Also, die, 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 die Stelle ist jetzt wirklich Absturz. Das geht wirklich hier. Ne, sechs schon wieder, Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wieder Gegner. Alter, ich kotze ins Essen, Mann. Oh, meine Fresse, Junge. Gib mir jetzt doch einfach, bitte, die Scheiße, bitte. Drei. Na, endlich. Gott sei Dank, Junge. Was ist das denn für ein Müll, Alter? Ich kann es jeden Boss, den wir geschlachtet haben, sozusagen. Mit dem können wir jetzt nochmal spielen. Was ist das denn für ein Müll, Alter? Ja, du dräckst hier, Alter. Was ist das los, dem starrt, Aua? Hallo. Let's go. Nein. Ich weiß nicht, was ich von stone. Oh, das. Holy Shit Let's go So, diese Alte wird jetzt auch erstmal geschlachtet, Alter Wie ein Rindvieh Mit Kokosnüssen Genau so, Michendos, perfekt Da haben wir's Ne? 14.000, perfekt Mehr Dinger geht nicht, Alter 45 Minuten nochmal schon Alter, wie viele Treppen denn noch? Ich glaub das ist aber jetzt die letzte So wie ich es hier Im Blick habe 3 1 2 Oh, ist okay Okay Wenn jetzt nochmal 1, 2, eine 3 oder eine 4 kommt, das wird's ein Traum Bitte eine 3 oder eine 4 Nein, warum eine 6 1, 2 Ach Digger, wirklich, das ist so bodenlos Ach, jetzt kommen die Hurensöhne Oh, Gottes Willen Pfff Hallo, Mann, beweg dich doch, Junge Er ist, er ist so langsam Im Vergleich zu Dings, Junge Es ist unglaublich Mann, leckt mich am Arsch, älter Hurensohn Ja, Mist Ja, Mist geworden Komm jetzt ne 2 Komm, gib mal ne 2 Ich krieg ne 3 Verdammter Sch-Bastard, Alter Oh, Gott Es ist so bodenlos Es ist so bodenlos Es hätte so schnell enden können, aber Ne, man muss es wieder in die Länge ziehen, Alter Man muss es wieder in die Länge ziehen Ja, deine dreckige Schwanzmutter Ja Ja, willst du mich rollen Noch einer? Ne, ich wollt grad sagen So, es ist wohl ich 1, 2, 3, 4, eine 5 oder so Ach Gott sei Dank, Alter Wirklich, der 5 1, 2, 3 Halleluja, ey Richtig geil, perfekt Mh 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Alter, Alter, Alter. Let's go. Gefickt hab ich dich, du Schwanz. Du Maniac, Alter. Perfekt. Immer dieses Portal-Intro, ich weiß es doch. So, schnell, schnell, schnell hier, Alter. So, da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's. Wir sind am Herz. Ging doch relativ zügig jetzt am Ende, ne? So, da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's. Perfekt. Der da ist einfach wirklich von Glück abhängt, ne? Ob du... Weil's halt sehr random ist. Also hier S zu erreichen, ist, glaube ich, schon über Jahre ein bisschen hier schwierig. So, Mission 20, das neue Leben vernichten Sie Sanctus. Pau, was können wir denn hier noch so schönes... Irgendwas für den Siamato. Was ist das? Ach, zurück. Ich habe nur noch vorwärts gedrückt. Ähm, Fähigkeiten. Ja, Speed ein bisschen, ne? Ansonsten Optimierung ist alles okay. Ja, cool. Wir bleiben in die Sand Südrich, Alter. So, 17.000, Alter, würde ich sagen. Eine blaue Kugel ist für die Lebensenergie, ne? Ja, komm, gehen wir nochmal hier in die Richtung. Ja, guck mal, wir haben jetzt schon auch langsam hier die untere Schufe. Ist ja wild. Ähm... Mission beginnt, let's go. Ab geht's in die letzte Mission. We had originally intended Dante to form the Savior's core. Was ist das? Ja, vielleicht wäre es gut, dass es so gut ist, dass diese Wahl ist. Too late for regrets Now release Kittier Why oppose the Order? I knew your fate was weak But I always thought you served our wishes Bad enough you lying about all this and trying to kill me But what really pissed me off Was using Kittier What is that? Love Look it up Come on, kid, it's kind of business Wrapping things up on my end Don't be too sure, boy Although flawed, the power of the Savior is beyond that of which you can invade Okay, let's go Oh, you wanderer Wrapping things up on my end Don't be aיעt diciendo, like I am 168 No, you are a slave Yes, uh on your side No, you are a slave You are a slave No, you are a slave No, you are a slave I am the slave No, you are a slave No, you are a slave Was ist das denn, hä? Wie kann ich ihn schlagen? Ich fick dich! Digga, lauf doch nicht weg die ganze Zeit, du Schwanz, Alter! Boah, das ist das denn. jetzt habe ich eine mutter gekriegt aber nicht viel schaden gemacht muss ich ehrlich sagen nicht viel damage gemacht aber ich muss glaube ich ein bisschen anders unschlippen man lutsch mir die aya jungen Verpiss dich, du Hund Wieso? Da mehr, du Gewandstiger Mutter gefickt habe ich mit dir, du Hund Die Macht von Sparda! Warum nicht du mir die Kraft? Ich bin nicht Wolle! Ich konnte nie diese Lägen zu sehr literally nehmen, aber ich weiß, dass Sparda ein Herz hat Es ist ein Herz, das kann eine andere Person lieben. Ein Mensch. Und das ist das, was du brauchst! Ich werde dich schützen. Beide ich nicht. Lasst dich nicht. Ich werde dich nicht mehr schützen. Entschuldigung nicht, oder ich werde... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sorry I took so long, Kitty. It's over. You took your time? What? You looking for an apology? Well, how long am I going to have to wait for it? This guy just doesn't let it go. This is where it started, and this is where it went, by my hand. All right then, go finish it, kid. Wait for me. You know, God? I always hated that you made my arm like this. I'm not worth it. Destroy this thing. Who would have thought? What? Ugh. It's going on me, buddy. Ich dachte das ist vorbei hier Wie soll ich ihn jetzt vernichten Was soll ich jetzt machen Verstehe ich nicht Warte mal kurz, wie soll ich ihn jetzt vernichten Digga Ok ich glaube ich weiß wie es geht Genauso Genau ich muss halt einfach ein bisschen Moment timen Oder Oder Ich glaube ich muss nur richtig Moment timen Warte kurz Doch 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 Ich muss nur richtig momentan Oh das wird so hässlich sein Digga Oh ich hasse so ne Köcke Ja ja 3 Ja ja 3 Genau Oh Das war's oder? Ja Jetzt weiß ich es Jetzt weiß ich es Das Handel hat sich gemacht von Sinegons wie du zurück zu hell Und jetzt Und jetzt du wie Die! Ja! Ich glaube, ich sollte dir bedanken. Aber das wäre aus dem Charakter. Vielleicht sollte man einfach ein Insull in mir. Ja, das klingt besser. Aber trotzdem, ich verdiene dir. Ah, keine Angst. Ich hatte meine Reaktionen für die Hilfe. Seid ihr euch. Warte. Du hast es vergessen. Keep it. Was? Ich dachte, das bedeutet viel für dich. Das ist der einzige Kind der Gift wert. Ich möchte ihn mit dir, also ich bin. Was du von hier machst, ist dein Geist. Hey, Dante. Will wir wieder treffen? Das ist der Ende. Also, ist das der Ende? Vielleicht. Vielleicht. Das ist der Ende. Das ist der Ende. Das ist der Ende. Ja. Ich bin... Ich bin immer noch alive, richtig? Ja. Wir beide sind. Kirie. Ich bin... Ich bin ein Dämon. Und nicht ein Mensch. Das ist das, was du willst? Nero. Du bist du. Und es ist du, ich will mit dir sein. Ich weiß nicht jemanden, der wie du bist. Ich bin ein cercher. Ja. Nein, ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Ich kann mich nicht. Ich bin ein wenig. Leider. Du bist ein wenig. Ich bin ein wenig. das Stamm. so meine freunde das war's was heißt das war's nee das war's doch wichtiger wir können noch ein bisschen hier kämpfen ist das art dass das gleiche machtiger aber irgendwie war es auch schon wieder aber halt nur auf eine geile art und weise ja auf jeden fall echt eine geile sache warte wir machen hier noch die penner fertig die lassen sich aber auch wirklich nichts hingehen also wenn es schon dann dann wirklich dann wirklich richtig digga so ob ich das überhaupt in dieser zeit schaffe digga das war eine alte in ruhe hugensöhne ich glaube es ist das bringt gar nichts mehr oder da kommen immer mehr da kommen immer mehr auf jeden Fall haben wir noch alle mitgenommen so ja coole so coole so endcredit ah ne es geht noch weiter ja 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 Es ist ein Kunden mit dem Passwort. Sie sind nebenbei. Was soll wir machen? Du musst fragen? Kann ich kommen? Ja, was soll ich. Nicht zu werden. Es ist so spannend. Du denkst, nicht? Ich werde nicht. Okay. Bereit? Komm, Bades! Los geht's! Korrekt, dankeschön, danke vielmals. So, jetzt haben wir es übergepackt. So, Level 20, haben wir es so geschafft. B, C, S, ja, A-Rank ist okay. So, Glückwunsch. Galerie jetzt anwählbar. Bonus, Grafik für den Spielabschluss hinzugefügt. Die Geschichte von DMC hinzugefügt, perfekt. Auf jeden Fall speichern. Dann werden wir uns gleich verabschieden. Halt eine Stunde elf. Die Folge hat es in sich. So. Missions-Münü. Perfekt. Okay, Freunde, dann, äh... Würde ich sagen... Ach, guck mal, neues Bild. Wie geil ist das denn? Dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein mit dem Let's Play zu Devil May Cry 4. Neun Folgen sind das jetzt tatsächlich geworden. Ist auf jeden Fall echt ein langes Let's Play geworden. So, und muss sagen, es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, das Game wieder mal zu zocken. Das erste Mal so richtig durchzuspielen. Wir werden uns auf jeden Fall weitere Devil May Cry Teile angucken. Da bin ich auf jeden Fall alles andere als abgeneigt dagegen. Wir haben ja den zweiten noch nicht gespielt. Der dritte kommt noch. Und, ähm... Ja, der fünfte natürlich auch. Der wird auch noch kommen. Also, alles nacheinander. Wir haben jetzt den ersten, den vierten und das Reboot gezockt. Und ich bin auf jeden Fall auf die anderen drei Teile sehr gespannt. Hat auf jeden Fall, wie gesagt, richtig viel Bock gemacht. Und, ja. Ich verabschiede mich, wie gesagt, mit diesem Let's Play. Okay, es war mir eine Ehre, Devil May Cry 4 mit euch gemeinsam gezockt zu haben. Wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play. Bis dann, jetzt checkt die Miete auf verschiedene Zwiebeln. Und haut rein.